Ja, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Unser Zahlungsverkehr in Europa im SEPA-Raum funktioniert ja eigentlich mittlerweile gut und schnell. Standardüberweisungen kriegen wir meist gleich täglich beim Empfänger. Ja, wir sollten das eigentlich nicht erst am Folgetag sehen. Wenn wir es tun, dann ist das meistens eine Entscheidung in der Geschäftspolitik des entsprechenden Instituts. Und mit den SEPA-Incent-Überweisungen haben wir ein neues Instrument, ja, das die Laufzeit auf 10 Sekunden reduziert und unser aller Bankkonten quasi fit macht für diese Real-Time-Economy. Trotzdem sind wir heute alle gemeinsam hier für den ganzen Tag und unterhalten uns und beschäftigen uns mit Zahlungsverkehrssystemen und deren Digitalisierung. Das wirft ja die Frage auf, ob wir schon genug erreicht haben oder ob wir eigentlich noch die nächsten Schritte zu gehen haben. Sind da also noch Hausaufgaben zu tun? Ja, und tatsächlich, es lohnt sich, glaube ich, doch einen Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten zu werfen und damit verbundene mögliche Paradigmenwechsel entsprechend zu diskutieren. Gerade eben auch, weil der Zahlungsverkehr in einer globalisierten Welt eben nicht an den Schnittstellen um den Euro-Raum herum Schluss macht, sondern unsere globale Welt besteht ja eben aus deutlich mehr Währungsräumen. Zunächst möchte ich kurz über Digital Currencies an sich sprechen. Sie sind eine neue Ausprägung allerdings bekannter Konzepte. Aus diesem Einsatz heraus ergeben sich aber neue Implikationen und Möglichkeiten. Auch auf die Auswirkungen der Echtzeitverarbeitung in diesem Kontext möchte ich kurz eingehen und auch schildern, wie man damit umgehen kann. Es folgt dann ein Blick auf eher das internationale und weltweite System der Zahlungsverkehrssysteme und diese Zukunftsperspektive auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Zahlungsverkehr wird meine Betrachtungen abschließen. Lassen Sie mich also mit einer ersten Definition von Digital Currencies in dem Kontext starten. Meistens wird das ja als Überbegriff und Oberbegriff für Währungen verwendet, die auf der Blockchain entsprechend umlaufen. Das heißt konkret, der Geldwertübertrag zwischen diesen beiden Parteien wird auf der Blockchain aufgezeichnet. Der Eigentümer hält sein Guthaben entsprechend in Form von Coins in seinem Wallet. Worüber ich nicht sprechen möchte, ist in dem Kontext die Ausprägung von Cryptocurrencies, zuvor das Bitcoin. Ich spreche und wir beziehen uns im Wesentlichen in unserem Geschäftsbereich auf die Fiat-Currencies, also unsere bekannten Währungen, mit denen wir tagtäglich gemeinsam arbeiten. Sicherlich sind die Ausführungen über Crypto interessant. Wir überlassen sie als Firma IBM aber gerne den anderen, denn wir denken, es gibt weitreichendes Potenzial in den Fiat-Currencies, die halt eben auch in den heutigen Paradigmenkontext hineinpassen und die eine logische Fortführung unserer heutigen Aktivitäten darstellen. Weiterhin möchte ich mich in den hier skizzierten Ansätzen und Lösungen so weitgehend wie möglich eben auf den bestehenden Regulationsrahmen beschränken. Wir können viel darüber spekulieren, was alles möglich wäre, aber ich denke, in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, sind die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die Gesetzgebung und der staatliche Ordnungsrahmen entsprechend eine gute Orientierungshilfe. Falls man an diesen Rahmenbedingungen natürlich deutliche Veränderungen herbeiführen möchte, logisch, dann stehen naturgemäß ganz andere drastische Möglichkeiten zur Verfügung. Das soll aber heute nicht der Blick meines Vortrags sein. Es geht hier in diesem Kontext auch, denke ich, nicht um den Ersatz für das Bargeld. Ich denke und wir denken, dass es eher um neue Formen von Buchgeld in diesem Kontext geht und diese werden zuvorderst dem institutionellen Bereich, also zwischen Ihnen, den Geldinstituten, entsprechend und vielleicht auch im Austausch mit den Großkunden zum Einsatz kommen. Und zwar zuerst und zuvorderst sicherlich international, vielleicht auch später innerhalb der Währungsräume. Ob und wo Bargeld eingesetzt wird, bleibt und sollte dem Kunden am Ende des Tages überlassen bleiben. Und die hier von mir vorgestellten Nutzungsszenarien, die bewegen sich auch entsprechend stark in einem Umfeld von Zahlungen auf Entfernung. Und dort ist die Barzahlung sicherlich sowieso nicht der klassische Weg und keine wirkliche Alternative. Als Digital Currencies werden unsere bekannten Fiat-Währungen auf der Blockchain ausgegeben. Andere geläufige Bezeichnungen hierfür sind entsprechend die Stablecoins, wir haben es vorhin gehört, oder auch die Fiat-Token. Letztlich stellen sie alle eine Geldforderung in der jeweiligen Währung gegen den Herausgeber dar. Höchste Qualität natürlich hier naturgemäß die Forderung gegen die Zentralbanken, sofern diese sich zur Herausgabe von Fiat-Tokens entsprechend entschließen. Hierfür hat sich ja auch global die Bezeichnung Central Bank Digital Currencies, CBDC, zu einem stehenden Begriff entwickelt. Wir als Firma IBM stehen mit den allermeisten der großen Zentralbanken der Welt im Kontext über diese technischen Möglichkeiten im Austausch. Das umfasst auch entsprechende mögliche volkswirtschaftliche Konsequenzen oder auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle entsprechend in der Branche. Wir haben im vergangenen Herbst eine Studie veröffentlicht, zusammen mit dem Official Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF. Und hier sind die Befragungen und Diskussionen mit 21 Zentralbanken eingeflossen. Die Digital Currency einer Zentralbank kann in Analogie zu einem Kontoguthaben bei eben einer Zentralbank betrachtet werden. Allerdings sind Buchführung, Handhabung und Übertragung technisch anders organisiert als beim klassischen Zahlungsverkehr und beim zentralen Kontoführungsmodell. Daher sind viele der volkswirtschaftlichen Fragen, zum Beispiel der Zugang von Privatpersonen eben genau in diesem Systemkontext, vergleichbar mit dem allgemeinen Zugang zu konventionellen Zentralbankkonten. Dieser Zugang für jedermann wäre natürlich technisch schon längst und lange umsetzbar, wird aber aus guten Gründen eben nicht gewährt. Und entsprechend muss aus unserer Sicht auch bei einem Blockchain-basierten Modell keineswegs zwangsläufig ein solcher Privatzugang gewährleistet sein. Neben dem Zentralbankgeld kann es in der Blockchain-Welt auch privates Giraldgeld geben. Von Geschäftsbanken ausgegeben stellt es daher eine Geldforderung gegen die jeweils ausgebende Bank dar. Die Ausgabe von etwa Euro auf einer Blockchain kann als elektronisches E-Geld letztendlich betrachtet werden und eine Umsetzung bezieht sich auf die entsprechenden Regularien. Damit kann als Digital Currency sowohl Zentralbankgeld als auch privates Giraldgeld entsprechend zur Verfügung stehen und prinzipiell auch in ähnlicher und differenzierter Weise genutzt werden wie heute. Für den Zugang können ganz wie heute auch Einschränkungen gelten, etwa, dass nur Banken CBDC halten dürfen und ebenso wie heutzutage der Zugang zu einem Bundesbank- oder Targetkonto auf einen klaren Teilnehmerkreis beschränkt ist und geregelt ist. Und für den Zugang bei Geschäftsbanken gilt entsprechendes. Legitimationsprüfungen, Geldwäschebekämpfung erfolgen inhaltlich wie zuvor, auch nach klaren Regeln, technisch gegebenenfalls eben, aber auch mit neuen Hilfsmitteln. Was bringen nun Digital Currencies mit sich und welche Vorteile entstehen? Nun stellen Sie sich in Zukunft vor, dass Sie jederzeit einen sekundenaktuellen Überblick über alle Kontenbestände haben, ohne technisch mit Ihrer Bank in Verbindung zu treten. Ebenso können Zahlungen entsprechend jederzeit in Sekundenschnelle durchgeführt werden, auch ohne ein technisches Zutun der Bank. Die Buch- und damit die Kontoführung liegt dann eben nicht mehr bei der Hausbank, bei der Bundesbank oder EZB jeweils individuell, sondern auf einer gemeinsam genutzten Blockchain. Und auf diese Blockchain haben Sie jederzeit in der für Sie passenden Form Einblick und Zugriff. Und zwar unabhängig von den jeweils implementierten Systemen in der jeweiligen Bank. Und technisch gesehen haben wir damit eigentlich gar kein Konto mehr. Denn eigentlich haben wir ein Blockchain-Wallet an dieser Stelle. Und das hat einen Bestand, eben an Digital Currencies, an Stablecoins oder an Fiat-Tokens. Und die aktuelle Geldforderung gegen den oder die Herausgeber werden entsprechend dargestellt. Natürlich wird es und gibt es entsprechende technische Dienstleister, die für die jeweilige Kundengruppe spezielle Lösungen und passende Darstellungen und Zugänge ermöglichen. Und natürlich kann die Darstellung, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, entsprechend auch im Sinne eines klassisch anmuteten Kontoauszugs erfolgen. Und obwohl dieses neue Paradigma auf der Blockchain eben nicht auf einem Konto im hergebrachten Sinne beruht, kann die Analogie dennoch sehr hilfreich sein. Denn letztlich verzeichnet die Blockchain in der Nutzung eben genau diese Geldforderungen, die sie gegen die Bank als Herausgeber des Tokens ja haben. Genauso wie man das heute von seinem Konto bei der Hausbank kennt. Also Digital Currencies auf einer Blockchain eröffnen sehr wohl ganz neue Möglichkeiten des Umgangs. Als Stablecoins kann das Geld jederzeit und ohne Einschaltung der herausgehenden Bank an Dritte übertragen werden. Sekundenschnell und unter entsprechender Einhaltung der geltenden Regularien rund um Know Your Customer und die Geldwäschebekämpfung. Voraussetzung ist eben aber, dass diese Blockchain nicht anonym ist, sondern dass die Teilnehmer entsprechend bekannt sind. Und dazu brauchen wir eben genau das sogenannte Permissioned-Modell für den Zugang. Denn damit ist technisch sichergestellt, dass wechselseitige Transparenz besteht. Sowohl für den Herausgeber der Digital Currency als auch dessen momentanen Inhaber. Beide Seiten müssen in einer entsprechend vertraglichen Beziehung stehen und analog gilt dies ja auch für heutige Kontoverwaltungen und Kontoverträge. Dieser Vertrag regelt insbesondere auch, auf welchen Wegen und mit welchen Serviceversprechen die Bank schließlich als Herausgeberin der Digital Currency die Geldforderung einlöst. Beim ausgegebenen Institut liegt der Gegenwert aller ausgegebenen Digital Currencies in einem gesonderten Sperrkonto. So werden die Forderungen der Coin-Inhaber entsprechend bankseitig traditionell abgebildet und damit natürlich auch bilanziert. Andere Modelle mit Hinterlegung bei einem externen Custodian oder auch in einem Zentralbank-Sperrkonto sind ebenfalls möglich. Hauptnutzungsform der vier Tokens ist der Übertrag auf der Blockchain, ergänzt durch Transaktionen für Ausgabe, also Issuing und Einlösung, Redemption. Diese Modalitäten für die Ausgabe und die Einlösung von Stablecoins bieten auch Raum für Differenzierung und Wettbewerb aus unserer Sicht. Welche Instrumente werden zu welchen Konditionen angeboten? Ein einfacher Übertrag auf ein Konto im Haus der Coin-ausgebenden Bank, SEPA-Instant-Überweisung oder Target-2-Zahlung an ein externes Ziel. Und damit, und das ist wichtig, sind die Liquidität auf der Blockchain in Form von Digital Currency und unsere traditionelle Kontoliquidität miteinander verbunden. Entweder in Zentralbankgeld oder eben im privaten Giraldgeld. Bei Nutzung von SEPA-Instant auch jederzeit 24 mal 7 an jedem Tag des Jahres und entsprechend passend zur umfassenden Verfügbarkeit einer typischen Blockchain-Lösung. Wo aber bleibt nun dann der spezifische Vorteil der Blockchain, da ja bereits heute und hier vor allem im Euro-Raum mit SEPA-Instant jederzeit Euro-Zahlungen ausgeführt werden können? Und deswegen möchte ich eben den Blick gar nicht mal innerhalb des SEPA-Raums belassen, sondern vor allem auch über diesen Tellerrand schauen und in den internationalen Zahlungsverkehr blicken. In praktisch allen Industrieländern und auch in vielen Schwellenländern ist der jeweilige nationale Zahlungsverkehr bzw. der Zahlungsverkehr innerhalb des entsprechenden Währungsraumes recht gut organisiert. Schnell und sicher, Instant Payments inzwischen weltweit verbreitet. Bei Zahlungen aber zwischen den Währungsräumen, bei internationalen Überweisungen und zwar besonders außerhalb des Kreises der großen Industrieländer sieht die Welt tatsächlich noch anders aus. Dort hat sich im Vergleich zu den Entwicklungen der letzten Jahre hier in den Währungsräumen relativ wenig verändert in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten. Die Bundesbank hat bereits im Jahr 2017 in einer Betrachtung die Potenziale und Risiken von Distributed Ledger-Technologien im Zahlungsverkehr betrachtet und festgestellt, dass sie Vorteile vor allem eben im länderübergreifenden und währungsraumübergreifenden Zahlungsverkehr sehen. Seitdem haben sich eine Reihe von Netzwerken und Lösungen für den bankmäßigen internationalen Zahlungsverkehr auch ausgebildet bzw. weiterentwickelt. Diese kontinuierliche, dezentrale Verfügbarkeit der Blockchain für Transaktionen rund um die Uhr und ein Liquiditätsausgleich ohne Unterbrechung steht allen Teilnehmern zur Verfügung. Und das ist eine gute Voraussetzung für globale Zahlungen über Zeitzonen hinweg. Denn es sind ja a priori keine Annahme, Schlusszeiten zu beachten. Zusätzlich bietet der Shared Ledger also die gemeinsame Buchführung über die Blockchain, große Vorteile bei der Transparenz und in Folge bei der Bewirtschaftung der Liquidität. Jederzeit ohne auf den Eingang eines Kontoauszugs oder einer Aktualisierungsnachricht eines Partners angewiesen zu sein, kann ich den Status meiner Transaktion erhalten und meine Liquiditätsposition entsprechend zweifelsfrei feststellen. Praktischer Nutzen wird dann daraus, wenn man beispielsweise den weltweiten grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs auf dieser Grundlage organisiert. Dies passiert beispielsweise aus unserem Haus bereits mit IBM Blockchain WorldWire. Auf einer weltweit genutzten Blockchain geben Banken Digital Currencies in ihrer jeweiligen Währung heraus. Wir können diese 24 mal 7 unter den Teilnehmern austauschen und dazu gehört eben auch zum Beispiel der Devisenaustausch. In einer atomaren Transaktion können Fiat-Währungen als Tokens jederzeit und ohne Settlementrisiko gegenseitig und gegeneinander ausgetauscht werden. Liquidität in der Zielwährung einer Zahlung muss nicht vorgehalten oder auch aufwendig bewirtschaftet werden. Sie kann ad hoc, genau dann, wenn sie benötigt wird, beschafft und dem Zahlungsempfänger zugeführt werden. Für die Endkunden, und das können Unternehmen wie auch Verbraucher sein, entstehen dann spürbare Vorteile, wenn die Digital Currency-Lösung im globalen Zahlungsverkehr in Einsatz kommt. Das sind insbesondere Zahlungen zu Nebenwährungen. Also kleinere Länder. Und diese Zahlungen haben durchaus zugenommen. Es handelt sich in der Regel häufig um private Zahlungen. Ich nenne hier das Stichwort Familienunterstützung. Und außerdem bieten Digital Currencies Vorteile für den zunehmend individualisierten und kleinteiliger werdenden globalen Waren- und Geschäftsverkehr. Mit solchen Digital Currencies erfolgt der Blockchain-basierte Übergang und Wertübertrag auch global innerhalb von wenigen Sekunden. Damit können traditionelle Korrespondenzbankmodelle abgelöst werden und anstelle von Konto guthabend tritt die ad hoc über die Blockchain übertragene Digital Currency. Somit können wir über diese Lösung währungsübergreifende Zahlungen hocheffizient abwickeln. Nehmen wir das Beispiel. Sagen wir, ein Auftraggeber will eine Zahlung über 250 Euro nach Kenia tätigen. Und auf Basis dieser Blockchain-Lösung bekommt er eine sofortige Auskunft über die Gebühren für diesen Transfer und eine feste Zusage über den Endbetrag in kenianischen Schilling. Nach der Freigabe erreicht das Geld den Empfänger in Sekunden. Das Ganze kostet dann etwa unter 3 Euro. Eine Überweisung über traditionelle Bankennetzwerke kostet in diesem Fall in einzelnen Fällen über 50 Euro. Und es dauert immer noch einige Tage. Natürlich gibt es spezialisierte Geldtransferanbieter, die MTOs, Money Transfer Operators. Sie bedienen dieses spezielle Marktsegment, häufig mit Spezialisierung auf bestimmte Länderkorridore, zu Preisen für vielleicht unter 10 Euro, meistens ein Stück weit günstiger eben als die klassische Bankenwelt. Und die Transferzeiten sind auch eher im Bereich von Minuten zu sehen, also auch deutlich schneller. Sie haben aber in der Regel einen Maximalbetrag, den Sie dort letztendlich anweisen können. Und da die ad hoc verfügbare Liquidität am Ziel in der Regel beschränkt ist und die Beschäftigung über unseren heutigen Devisenmärkte nach wie vor Tage dauert, sind das auch keine idealen Lösungen. Da wir mit der Blockchain-Lösung die Möglichkeit haben, Liquidität ebenfalls ad hoc effizient zu übertragen, ist eine Lösung wie IBM WorldWire auch für diese Geldtransferanbieter durchaus interessant. Und für Banken bietet sich die Gelegenheit, auch die globalen Zahlungen der Blockchain für die Ausgabe von Digital Currency und das Abwickeln von Devisengeschäften gegebenenfalls auch zu nutzen, um weitere Ertragspotenziale zu erschließen. Aber auch für diese neuen Formen der Abwicklung gelten selbstverständlich die Regeln, die wir zur Kundenlegitimierung entsprechend brauchen. Dazu zählt natürlich im gleichen Kontext Know-Your-Customer und die Geldwäsche-Bekämpfung. Und eine der neuen Herausforderungen liegt ja in diesem Kontext eben nicht in der Blockchain als sich, in der Technologie begründet, sondern eben in dieser ununterbrochenen Real-Time-Bearbeitung, quasi in Echtzeit. Und wie wir es schon auch bei SEPA-Instant-Überweisungen gesehen haben, stellt sich die Frage, wie Betrugsversuche entsprechend, wie Fraudulent Activity entsprechend unterbunden werden kann, ohne dabei richtige, legitime Zahlungen abzuweisen. Das heißt, die sekundenschnelle Abwicklung ist bei SEPA-Instant im Regelwerk vorgeschrieben und daher können Zweifelsfälle eben nicht mehr von einem Menschen per se entschieden werden. Es muss zwangsläufig entsprechend automatisch geregelt sein. Und da im weltweiten Fall die Wiederbeschaffung von gegebenenfalls betrügerischem transferierten Geld in der Regel noch einmal schwieriger ist als im eigenen SEPA-Raum hier, gilt dies selbstverständlich auch bei Digital Currency-Zahlungen. Systeme zur Betrugsabwehr setzt man deshalb mit kurzen Latenzzeiten um. Sie werden auf eine hohe Empfindlichkeit entsprechend eingestellt, um möglichst viele Verdachtsfälle auszusteuern. Jedoch, durch die fehlende Möglichkeit zur manuellen Korrektur und zur nachträglichen Freigabe, werden in diesem Szenario oftmals doch auch legitime Zahlungen entsprechend abgewiesen. Diese falsch positiven Treffer wirken sich natürlich negativ auf den Endkunden aus und führen zu Ärger, wenn berechtigte und legitime Zahlungen hier nicht ausgeführt werden können. Somit ist die Problemstellung natürlich gar nicht neu und bei der Autorisierung von Kreditkartentransaktionen kennen wir das. Bei uns schlägt das mehr auf als in den USA. In den USA nimmt der Konsument die zweite, dritte oder vierte oder fünfte Karte und eine wird schon durchgehen. Bei uns im Währungsraum und in dem Kontext wissen wir, haben Konsumenten häufig eine, vielleicht mal zwei Karten. Also von daher muss man entsprechend Mittel und Wege finden, um falsch positive Abweisungen entsprechend zu vermeiden. Und hier ist mehr und mehr die künstliche Intelligenz tatsächlich im Einsatz. Neue Betrugsmuster eben selbstständig und systemgestützt zu erkennen und entsprechend Zahlungen abzuweisen, tatsächlich oder eben auch durchgehen zu lassen. Und damit sind wir beim Thema Künstliche Intelligenz KI und der Einsatz im Zahlungsverkehr durch intelligente Systeme, wie eben skizziert, zur Betrugsabwehr ist durchaus geeignet und dringend erforderlich. Genauso braucht man diese intelligenten Systeme zur Prüfung von Geldwäscheverdacht oder zur Unterstützung vorgelagerte Prozesse, wie wir sie auch heute im Bereich Kundenauthentisierung und Know Your Customer im Allgemeinen kennen. Besonderes Aufmerk liegt hier auf der Nachvollziehbarkeit der vom System intelligent getroffenen Schlussfolgerung. Daher sind regelbasierte Lösungen vorzuziehen gegenüber klassischen neuronalen Netzen, deren Bewertungen häufig in keiner Weise oder viel schwieriger von den Benutzern und den Menschen damit nachvollziehbar sind. In der Forschung arbeiten wir daran, auch hier die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Dieses Thema Transparency by Design entsprechend für neuronale Netze einzufordern. Es gibt aber auch bereits praxisbewährte Implementierungen regelbasierter Systeme, die automatisch neue Regeln herleiten können. Und diese neuen Regeln können dann außerhalb der sekundenschnellen Reaktion im Einsatz bei allen instant abgewickelten Zahlungen von Menschen entsprechend überprüft und nötigenfalls angepasst werden. Also auch hier der Ansatz Mensch und Maschine und nicht Maschine statt Mensch. Und genau das nutzen wir heute in verschiedenen Lösungen im Bankenumfeld bereits heute. Wir haben eine Lösung für die Betrugsbekämpfung bei Kartenzahlungen. Wir nennen das IBM Safer Payments. Übrigens eine Technologie, die hier aus der Nähe von Koblenz kommt. Früher dem einen oder anderen vielleicht als Iris-System bekannt. Und wir sehen hier schon starke Bewegungen im Markt, solche Anwendungen auch außerhalb der Kartenverarbeitung entsprechend einzusetzen. Eben zum Beispiel bei SEPA Instant Payments. In Zukunft wird vergleichbare Software zur Pflicht werden. Ähnliche Einsatzfelder gibt es, wie erwähnt, im Umfeld der Geldwäschebekämpfung. Und egal, ob Sie das dann in Echtzeit für einzelne Transaktionen oder Ex-Post zur Analyse komplexerer und transaktionsübergreifender Systeme einsetzen, beides ist hier gegeben. Hier sehen wir auch eine entsprechende, wie angedeutet, unterstützende Rolle der künstlichen Intelligenz für die Mitarbeiter von Finanzinstituten. Wenn Verdachtsfälle zu bearbeiten sind, dann ist die Nachvollziehbarkeit und Dokumentation all dieser Entscheidungen ein zentraler Faktor. Und hier können die Systeme sowohl Produktivität steigern, aber eben auch die Qualität der Verarbeitung entsprechend positiv beeinflussen. Nun, wie sieht dann die Zukunft im Zahlungsverkehr aus? Digital Currencies sind sicherlich im Kommen, aber besonders für ihren Start ist aus unserer Sicht die Anbindung und die Integration in die vorhandenen Liquiditätsströme entscheidend. Es wird auch nicht Platz für beliebig viele Blockchain-Systeme geben. Bei der Einführung lernen wir auch sehr wohl aus anderen Branchen. Ich darf hier einen Verweis geben. Wir sind in etwa 450 Industrienetzwerken mit Blockchain-Plattformlösungen als IBM in vielen Branchen beschäftigt. Eines der Modelle, das ich hier zitieren möchte, ist das Thema Dreadlands, wo es um die Automation des globalen Containerschifffahrtsbetriebs gibt. Sprich, die lückenlose Digitalisierung des Gesamtprozesses bei der Verschiffung von Waren mittels Ocean Carrying. Und die Thematik ist nicht die der Einführung einer Technologie, sondern die Thematik hier ist die, die kritische Masse zu finden, um Marktteilnehmer transparent mit ihrem jeweils eigenen Geschäftsmodell auf einer Plattform zu integrieren. Und wenn Sie so etwas beginnen in der Einführung, dann suchen Sie sich meistens einen Marktteilnehmer, der einen bestimmten Einfluss hat, der aber gleichzeitig bereit ist, eben sich zu öffnen und in Transparenz andere Marktteilnehmer zu integrieren. Wir haben dieses Projekt beispielsweise mit der Firma Maersk als Weltmarktführer im Bereich Containerschifffahrt begonnen. Und es hat uns jetzt rund 18 Monate gebraucht, bis wir weitere Marktteilnehmer aus den Top Ten so weit darauf haben, dass wir nun, und das ist Stand gestern der neueste Stand, rund 50 Prozent dieses globalen Verkehrs über eine solche Plattform abbilden können. Und ich darf Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die Diskussionen sind nicht um die Frage gestellt, funktioniert die Technik? Die Technik funktioniert. Die Frage ist, wie regulieren wir so etwas? Die Frage ist, wie bringen wir Transparenz in solchen Permission-Blockchains an den Markt, um entsprechend dort einen gemeinsamen Standard, an dem alle partizipieren können, zu etablieren. Von daher denken wir, dass sich dieses Thema eben in verschiedenen Branchen weiter ausweiten wird. Ich hatte gesagt, es ist sicherlich nicht Platz für beliebig viele Blockchains. Deswegen ist es wichtig, dass sich die Marktteilnehmer entsprechend mittelfristig wirklich zusammenfinden, um gemeinsam diesen offenen Dialog zu führen. Und es muss auch bei jedem Marktteilnehmer klar sein, welche Rolle er entsprechend einnimmt. Wir als Firma IBM vertreten die Hypothese, nicht nur die Hypothese, sondern auch die Geschäftspolitik, dass wir beispielsweise eben nicht ein Datenkommerzialisierungsmodell betreiben. Wir haben die Diskussion eben im Stichwort in der Podiumsdiskussion gehabt, was ist eigentlich das dahinterliegende Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist es, auf Basis sicherer Infrastrukturen Marktteilnehmer zusammenzubekommen und nicht in das Geschäftsmodell der eigentlichen Märkte einzugreifen. Und da muss, glaube ich, jedes Haus für sich seine eigene Strategie finden. Wie bereits erwähnt stehen, nehmen Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen, sogenannte Real-Time-Cross-Settlements oder RTGS-Transfers, wie bei Target 2, entsprechend auch im Blick. Damit können die Liquiditätsprobleme, die sich zu Beginn der Ära von Digital Currencies stellen, mögen deutlich abgemildert werden. Wir sprechen also hierfür nochmal, dass wir eine Integration auf bestehenden Systemwelten herbeiführen. Denn wenn wir uns überlegen, damals bei der Einführung der Geldkarte mit zunehmender Nutzung dieses Instruments, war erstmal die Frage gestellt, wie kriege ich überhaupt Liquidität entsprechend da drauf. Und mit zunehmender Nutzung von Digital Currencies, ja möglicherweise auch einer weitgehenden Abkehr von unserem bisherigen Kontoparadigmen, könnte die Blockchain und ihre Digital Currency auch zur eigentlichen Liquidität werden, mit allen Optionen für den Umlauf von privatem Girald-Geld wie auch Zentralbankgeld. Das Ganze aus unserer Sicht unter einer starken, gegenüber heute aber auch weiterentwickelten regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben. Diese Vorgaben ermöglichen einen modernen, schnellen und sicheren, globalen, effizienten Zahlungsverkehr, auf Basis von verteilter Blockchain-Buchhaltung. Übrigens, auch in diesen Tagen, ja heiß diskutiert, Energieverbräuche von Blockchains und so weiter. Das Problem des hohen Energieverbrauchs stellt sich bei solchen Permission-Blockchains übrigens nicht. Business-Blockchains lassen sich sehr effizient und mit sehr angemessener Redundanz aufbauen. Der bekannte und vielfach publizierte, aber auch kritisierte hohe Energieverbrauch von Cryptocurrencies liegt ja im rechenintensiven Konsensmechanismus begründet, der als Schutz der öffentlichen und anonymen Netze entsprechend angewendet wird. Bei Permission-Blockchains haben wir dieses Thema so nicht. Zusammenfassend gesagt, weltweite Instant-Zahlungen auf Basis von Blockchain und unter Nutzung von KI-basierten Frühwarnsystemen helfen, betrügerisches Vorgehen entsprechend zu beschränken. Und ich denke, beide Themen sind Themen, die in das Hausaufgabenbuch gehören, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sollten von daher nicht in den bestehenden, bereits sehr gut optimierten Währungsräumen schauen. Wir sollten über die Grenzen hinausschauen. Und sicherlich lässt sich dann auch das ein oder andere Learning im grenzüberschreitenden Thema übertragen. Ich bin sicher, dass solche Weiterentwicklungen die deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit der Banken weiter erhöhen werden. Und ich denke, wir gehen da weiterhin in spannende Zeiten, wo Technologie und Bankprozess sich gut ergänzen. Herzlichen Dank. Herr Hartmann, ich darf zu Ihnen kommen. Lassen Sie mich als Laie ganz schnell nachfragen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Banken müssen Stablecoins oder eine Currency kreieren, um auf der Blockchain Zahlungen austauschen zu können. Wie entsteht denn der Wert einer solchen Currency? Richtet sich das nach der Qualität der Bank oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin Laie, Sie merken es. Nein, Sie bringen in bekannten Mechanismen diese entsprechenden Coins raus. Sie können sie entsprechend emittieren. Und das ist eigentlich ja heute auch kein ganz neuer Prozess. Das ist ja mittlerweile schon fast bei einigen Instituten geübte Praxis. Das heißt, die Dinge haben einen feststehenden Wert, den man auch jeden Tag gleichbleibend bewerten und beurteilen kann. Also der Empfänger weiß immer genau, was der Absender schickt. Das ist ja genau der Vorteil, wenn wir über die Blockchain und ein Distributed Ledger eben in voller Transparenz die Marktteilnehmer übereinander bekommen und die gegenseitige Sicherheit in diesem Vertragsverhältnis entsprechend gewährleisten können. Wer garantiert die Zahlung, wenn Sie kein Konto bei der Notenbank kriegen? Wer garantiert die Zahlung, wenn Sie kein Konto bei der Notenbank bekommen? Herr Balz, helfen Sie mir. Also wer garantiert die Zahlung? Sie haben ja eben gesagt, Sie brauchen dafür ein Konto bei der Notenbank, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zunächst mal, das ist ja nur eine klassische Beziehung der Bank dann auch zu den entsprechenden Noten. Wenn Sie dafür keins kriegt für dieses E-Geld. Dann sollte Sie auch keines ausgeben. Also dann funktioniert das Ganze nicht. Sie brauchen immer die Notenbank als Sicherheit im Hintergrund. Oder das System braucht die Notenbank als Sicherheit. Wir verlassen das bestehende System ja entsprechend nicht. Gut. Und wir haben eine Beziehung einer jeden Bank zu ihrer entsprechenden Notenbank. Gut. Wie viele Banken sind beteiligt an WorldWire? Weil es lebt ja davon, dass möglichst viele dran sind, oder? Wir haben das System erst vor kurzer Zeit entsprechend gelauncht. Also das ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Wir haben das vor einigen Monaten, wenigen Wochen, Monaten erst angekündigt. Wir haben rund ein Dutzend Institute weltweit dabei. Ich denke, da ist Luft, das ansaufen zu lassen. Prima. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.